Habe die Ehre und Gott zum Gruße, liebe Parteifreunde, liebe Freunde der Freiheit, liebe Kämpfer, die sich durch irgendeinen roten Block da draußen durchkämpfen mussten, um hier zu sein. So ein Parteitag ist auch einmal eine Sache, um Danke zu sagen. Weil ihr seid es nämlich, die uns da hingebracht haben, wo wir sind. Ihr seid es, die tagtäglich auf der Straße stehen. Ihr seid es, die tagtäglich Flyer verteilen. Ihr seid die 35.000, die versuchen, dieses Land zu retten. Nicht wir 91 im Bundestag können retten, sondern wir 35.000 können retten. Und bleibt uns treu, bleibt uns dafür, dann schaffen wir es, meine Damen und Herren. Es ist aber auch wichtig, warum ich im Bundesvorstand möchte. Warum möchte ich das machen? Ich brauche keine Anbiederung an andere Parteien. Ich brauche keine Anbiederung an eine CDU, ich brauche keine Anbiederung an eine CSU und an eine SPD oder sonst irgendetwas. Herrgott, wir sind die AfD, wir müssen wieder Rückgrat haben, wir müssen aufrechtlich stehen und wir müssen nur unsere Themen hinter die Bevölkerung bringen und die Bevölkerung wird glücklich sein. Und wenn Sie verstanden haben, dass wir Recht haben, dann werden Sie uns auch alle wieder wählen und werden uns alle lieber haben, meine Damen und Herren. Und dazu brauche ich keine CDU und keine andere Partei. Warum will ich Bundessprecher oder stellvertretender Sprecher werden? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es kann nicht sein, dass Herr Söder, ein möchtegern Ministerpräsident aus Bayern, in Leipzig auf den Parteitag der CDU hinstellt und vergleicht einen Landesvorsitzenden der AfD mit Adolf Hitler. Und von unserem Bundesvorstand kommt nichts raus, meine Damen und Herren. Das kann nicht sein, da müssen Antworten kommen, da müssen wir gerade aufrecht stehen und zu unseren Landesvorsitzenden stehen. Egal ob der Höcke, Junge oder wie sonst auch heißt, wir sind eine Partei und wir stehen geschlossen und das müssen wir auch machen und müssen wir weitergehen. Kurz persönliche Sachen zu mir. Ich bin 42 Jahre jung, seit 22 Jahren mit ein und derselben Frau zusammen, verheiratet, zwei Kinder, glücklich. Wie gesagt, ich war immer schon politisch aktiv und wie gesagt habe, ich möchte mich keiner Partei anbiedern, der ich mal angehört habe, weil sonst hätte ich sie nicht verlassen brauchen. Ich hätte CSU nicht verlassen brauchen, wenn ich heute sage, CSU, wir wollen euch haben. Wichtig ist mir da im Bundesvorstand vor allem die JA. Warum? Warum machen sie alle Politik? Warum gehen sie auf die Straße? Sie kämpfen für die Zukunft unserer Kinder. Sie kämpfen für die Zukunft ihrer Kinder, ihrer Enkelkinder. Und deswegen braucht man auch die JA. Und für die müsste man da sein. Die müsste man aufrechterhalten. Die müsste man in Ordnung bringen. Da braucht man in jedem Landesverband eine starke Sache. Wir brauchen einen starken Landesverband, der ja da hat, einen starken Bundesverband, der ja da hat. Weil für die macht man es und die sind unsere Zukunft. Und das sind die, wie es heute Gauland mal angesprochen hat, denen wir irgendwann die Partei übergeben. Die müssen es machen, die müssen es richten. Und das ist unsere Zukunft. Warum will ich noch in den Bundesvorstand? Mir geht es auch um die Bundesgeschäftsstelle. Weil nur mit einer vernünftigen Bundesgeschäftsstelle, also nichts abzutun, wir haben eine sehr gute Bundesgeschäftsstelle. Aber wir müssen viel größer werden. Wir müssen schlagkräftiger werden. Wir müssen schneller werden. Es kann nicht sein, dass uns andere Parteien immer auslachen und alles schneller und alles besser wissen. Und ich will, dass wir im Bundesvorstand endlich wieder mal richtig Politik machen und uns nicht nur um interne Streit reinzukümmern haben, sondern endlich nach vorne schauen können und sagen, hier sind unsere Ziele, diese Richtung gehen wir, meine Damen und Herren. Und dann retten wir auch unser Land und so soll es sein. Dankeschön. Ich hoffe auf eure Stimme. Lasst mich die bayerische Stimme für den Bundesvorstand wieder sein. Lasst mich für euch kämpfen. Lasst mich weiter für euch unser Ziel nach außen tragen. Lasst es mich sein. Dankeschön und habe die Ehre. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.